Wir haben uns dieses geile Spiel gegen Portugal morgen jetzt wirklich verdient. Wir legen da alles rein. Matchball für Deutschland zum Einzug in ein historisches Halbfinale. Ich habe mir dritter Satz. 6-4. Komm, komm, komm. Wir können jeden Moment genießen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind einfach die geilste Truppe. Freut euch drauf. Jetzt gehen wir zusammen. Irgendwo was fucking geiles essen. Holen uns die Bier. Und sind sowas von heiß. Sind sowas von heiß. Sind sowas von heiß auf dieses Matchmord. Wer sind wir? Deutschland, 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 wer sind wir? Das haben wir Lingo nicht zum getraut. Lingo, gelbe Karte. Ja. Ei, 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 ei. Vielen Dank. Vielen Dank.